Hallo, mein Name ist Maike. Ich bin hier angestellt im kaufmännischen Bereich und betreue den Bereich Bundeswehr. Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin auch kaufmännische Angestellte und mein Bereich ist die Buchhaltung. Ich arbeite gerne bei Schnittger, weil wir ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld haben, ein tolles Team und grundsätzlich die Aufgabenbereiche sehr interessant und vielseitig sind. Also am meisten macht mir persönlich das Arbeiten mit dem Teamspaß. Das ist eigentlich ein sehr familiäres Arbeiten auch, was wir hier haben. Work-Life-Balance ist ein großes Thema ja momentan. Das passt hier in der Firma auch sehr gut. Ja, wir haben im Unternehmen auch einige Benefits, die sehr ansprechend sind. Das wäre dann einmal die betriebliche Krankenzusatzversicherung, die auch vom Arbeitgeber bezahlt wird. Wir haben 30 Tage Urlaub und Bike-Lesung. Außerdem bekommen wir ein Weihnachtsgeld und ein Urlaubsgeld. Es gibt eine betriebliche Altersvorsorge. Wir werden überdurchschnittlich vergütet und haben ein attraktives Arbeitszeitmodell. Also im Großen und Ganzen, es macht einfach Spaß.